Tag YouTube! Die Firma Vanguard hat mir ein Stativ zugeschickt und zwar das Nivelo 204BK. Komischer Name, aber praktisches Gerät. Was mir besonders an dem Stativ gefallen hat, ist der Kopfbereich. Ich habe mir selbst vor einiger Zeit ein günstigeres Stativ angeschafft und wenn ich die beiden Sachen miteinander vergleiche, dann schneidet definitiv dieses Vanguard Stativ wesentlich besser ab. Gehen wir kurz mal auf den Kopf ein. Oben ist die Kopfplatte und unten drunter ist ein Stellrad und darauf kann ich eine Kamera entsprechend festschrauben. Während ich bei dem günstigen Stativ die gesamte Kamera drehen muss, kann ich hier einfach unten drunter dieses Stellrad drehen und so kann ich sehr einfach meine Kamera auf dem Stativ festschrauben. Hier an Seiten gibt es dann noch einmal eine Einstellmöglichkeit, mit der man so gesehen die ganze Kamera neigen kann und das andere Stellrad dient dafür, das gesamte obere Teil, also hier diesen gesamten Kopf, zu drehen. Gibt da sicherlich größere und praktische Lösungen, aber es ist ja auch ein kleineres Portables Stativ für den kleinen Kompaktkamera-Einsatz eigentlich gedacht. Also so gesehen für iPhone-Größe, so wie bei mir, genau die richtige Größe. Der Mittelteil, dort wo der Dreibein ansetzt, ist entsprechend noch mal zu kippen. Man muss aber aufpassen, wenn man hier die seitliche Steilschraube löst, könnte einem auch immer die gesamte Kamera um den Boden fliegen. Praktisch, man kann das Ganze runterschieben, raufschieben und auch umklappen. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, Aufnahmen sehr dicht am Boden durchzuführen, wenn man das gesamte Teil einfach runterklappt. Die einzelnen Beine sind drehbar und dann kann ich sie dadurch auch ausfahren. Das macht insgesamt einen wesentlich stabileren Einsatz als mein günstiges kleines Stativ, wo ein paar kleine Nieten sitzen. Da merkt man schon definitiv den Unterschied, ob das Ding eben 30 Euro kostet oder das 2- bis 3-fache. Ist inzwischen mein ständiger Begleiter. Aufgrund der Gesamtgröße, wenn es ausgezogen ist, sehr gut, wenn ich zum Beispiel Videointerviews machen will. Der Gesprächspartner setzt sich hin. Die iPhone-Kamera ist dann genau auf Höhe des Gesichts sehr gut, sehr praktisch. Alternativer Einsatz bei mir in einer anderen Situation ist, dass ich meinen Handyrekorder H4n auf das Stativ setze, das große, günstige Stativ nehme, um da oben drauf mein iPhone draufzusetzen. Müsste ich mir das jetzt nochmal kaufen? Ist die bespannte Frage, würde ich es kaufen? Ja, aber vermutlich würde ich mir eher eine etwas größere Variante kaufen von den Vanguard-Stativen mit ein, zwei kleinen Gimmicks mehr und einer etwas größeren Gesamthöhe. Ja, das war es auch schon von mir zu dem Vanguard-Stativ Nivelo 204BK. Wer mag, kann natürlich sich auch meine weiteren Videos anschauen. Rund um das gesamte Thema iPhone-Videografie, also Filmen und Foto mit dem iPhone, gibt es eine eigene Playlist, ist hier mal auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal rein. Abonniert entweder den Channel oder auch nur diese einzelne Playlist. Ich habe kein Problem damit, dass ihr nur einzelne Playlists abonniert. Ich habe so viele verschiedene Themen in meinem Kopfkino, an diesem YouTube-Channel, dass es völlig okay ist, wenn ihr euch einzelne Playlists raussucht. Eine weitere interessante Playlist für euch könnte sein, dass ich alles zu dem Bereich DLSR Video und Fotografie sammle, speziell das, was in Richtung Videografie geht. Wer also mit seiner Spiegelreflex-Kamera Videos drehen möchte, gibt es eine eigene Playlist. Geht auf meinen YouTube-Channel Startseite, findet ihr DLSR Video, die abonnieren und ihr kriegt alle möglichen guten Videos rund um das Thema.